Was ist der Zweifler, der immer wieder das neue Wissen blockt? Die uns schützen möchte, dass wir uns nicht in all den Realitätsräumen verlaufen, verirren und nicht mehr zurückfinden in unsere Jetzt-Basis-Realität. Das ist der Zweifler. Der Zweifler möchte uns in der Jetzt-Basis-Realität halten, weil er das als eine sichere Basis-Realität empfindet und uns schützen möchte, dass wir nicht verrückt werden oder uns in anderen Räumen verlaufen sozusagen. Deswegen ist die Frage beim Zweifler, welches Bedürfnis hast du? Ihr könnt euren inneren Zweifler fragen. Welches Bedürfnis hast du? Wie kann ich dir helfen? Dass du nicht mehr so viel aufpassen musst, dass du nicht mehr so viel Wahrnehmungen abblocken musst. Ihr müsst es euch so vorstellen. Unser Verstand ist der, der Realitäten baut. Aus Wahrnehmungen, die wir im äußeren Raum wie im inneren Raum erfassen. Aus diesen Wahrnehmungen baut er eine Realität. Die Jetzt-Realität, unsere System-Realität. Jeder von uns hat eine andere System-Realität. Wir haben alle andere Erfahrungen, andere Wahrnehmungen. Das heißt, wir haben in uns eine andere Basis-Realität. Ganz individuell. Das wird gebaut mit der Wahrnehmung aus der Vergangenheit. Und nun ist es so, dass zum Beispiel das Thema vergangene Leben ist ja im Massenbewusstsein noch nicht als Massenbewusstseins-Realität etabliert. Es fängt an, es wird immer mehr. Aber es ist noch sehr instabil, sage ich mal. Man kann jetzt noch nicht, sagen wir mal, ich gehe einkaufen bei der Kassiererin und sage, oh, die Nudeln, ich erinnere mich, die habe ich damals im Mittelalter selber gemacht. Oder so, ja. Da wird man vielleicht eingeliefert. Keine Ahnung, wird man nicht. Aber das ist ja, das ist nicht ein normales Alltagsgespräch. Was aber sein könnte, wäre möglich, wenn diese Realität der vergangenen Leben als Massenbewusstseins-Realität etabliert werden würde, könnte man so sprechen. Ja, ganz normal könnte man darüber sprechen, so als wenn man die Einkaufsliste schreibt, weil es halt total normal ist. Ja, das ist die Realität. So, also da das aber noch nicht ist, haben wir unsere eigene Basis-Realität in Bezug jetzt auf die vergangenen Leben. Und wir haben zum Beispiel jetzt dann Wahrnehmung. Wir haben Wahrnehmung über unsere vergangenen Leben. Jetzt kommt unser Zweifler und sagt, jetzt Moment mal, wenn du das da so wahrnimmst und wenn ich das jetzt erlaube, dass diese Wahrnehmung zum Verstand kommt und der Verstand baut das mit ein und daraus wird eine Basis-Realität, dann verlassen wir ja komplett die Basis-Realität, die wir jetzt haben. Es verändert sich ja komplett. Wenn ich erlaube, dass die Realität der vergangenen Leben vollkommen in mein System sich integrieren darf, habe ich ja ein komplett neues Weltbild, ein komplett neues Systembild von mir selbst sogar und von dem Leben überhaupt. Also es würde ja komplett was verrücken in mir. Also sagt der Zweifler, nee, 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 Moment mal. Diese Wahrnehmung von deinem vergangenen Leben, die lassen wir jetzt mal schön außen vor. Kann ja sein, mag ja sein, dass das so ist, aber das bezweifle ich jetzt schon mal sehr, weil die Konsequenz wäre krass in dem Moment, ja, für uns, für unsere, für unser System. So, das ist die Aufgabe des Zweiflers. Unser Verstand ist super wichtig, ja, unser Verstand gibt uns eine Orientierung in all den Räumen, in all den Erfahrungsräumen. Der erschafft eine Realität, ja, und der guckt auch, in welchem Tempo wir eine Realität verändern können, in welchem Tempo wir etwas integrieren können, eine Wahrnehmung von uns integrieren können. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und das ist wichtig so, weil wir dadurch uns verankern und auch erden in einem Raum, um von dort aus, aus dieser Basis, weiter wachsen zu können in neue Realitäten. Aber in unserem Tempo, so wie wir mitkommen. So, jetzt zu deiner Frage nochmal. Wenn du das Gefühl hast oder das Gespür hast, dass das eine Aufgabe, oder ich würde es nicht Aufgabe nennen, wenn das dein Sein ist, mit Menschen damit zu arbeiten, dann gehe langsam dieses Tempo weiter, versuche deinen Zweifler mitzunehmen, zu fragen, welches Bedürfnis hast du, dass wir diese Realität mehr und mehr in unser System einbauen können. Und dann werden sich deine Handlungen dementsprechend auch verändern. Genau. Kleine Anekdote. So, jetzt, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, von wegen Basisrealität, ne. Ich habe ja vorher schon, ich habe 25 Jahre in der Bewusstseinsarbeit selbst mit mir gearbeitet, mit ganz vielen Menschen gearbeitet in meiner eigenen Praxis. Also, ich habe wirklich, wirklich viel erlebt. Ich habe Workshops gemacht, Seminare. Ich habe wirklich, wirklich viel gemacht. Es war immer, oder ich habe auch andere Medien zum Beispiel kennengelernt, ja, die mir für mich was gechannelt haben. Oder mir wurde gesagt, du bist ein Medium, was ich nie sein wollte. Aber gut. So, das war alles schon da. Ich habe mich damit schon befasst, ganz, 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 ganz lange. Und nun kommt 2017 diese Erfahrung, dass Salvador wie ein Wasserfall durch mein System mit den Energien volle Pulle durchgeht. Und ich habe eine Wahrnehmung, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nie bewusst hatte. Ne, dieses Buch ist entstanden. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ein Buch geschrieben, von dem ich keine Ahnung hatte. Ich hatte null Ahnung von diesem ganzen Wissen. Jetzt stellt euch vor, eine Wahrnehmung, die komplett alles, alles Vorheriges sprengt, obwohl ich in dem Bereich schon tätig war. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder nach Hause kam. Ich bin zu einer befreundeten Psychiaterin gegangen und habe gesagt, ich erzähle dir jetzt mal was und du sagst mir, ob ich noch normal bin. Und sie war Gott sei Dank spirituell sehr bewandert auch und hat sich das angehört und hat gesagt, Christiane, mach weiter, schreib dieses Buch. Und da seht ihr selbst da, mit Vorerfahrung, mit Wissen, was man hat, mit allen möglichen Prozessen, die man schon gelaufen ist. Wenn eine neue Wahrnehmung kommt in einer Dimension, die man vorher noch nicht wahrgenommen hat, zweifelt man an seinem eigenen Verstand, weil auf einmal es so macht und eine neue Basisrealität sich etablieren möchte. Und das ist total normal. Wichtig ist, geht in eurem eigenen Tempo mit diesem Prozess. Lasst euch Zeit, gebt euch Zeit, dass es sich integrieren darf. Macht auch Pausen, dass das System sich mit umbauen darf. So, und das jetzt nochmal wieder die Brücke, bezogen auf die vergangenen Leben. Wenn ihr wahrnehmt, ihr habt Wahrnehmung von vergangenen Leben und euer System macht krück, ja, weil es denkt, was ist das denn, jetzt fange ich an zu spinnen, jetzt knall ich durch, ja, das kann nicht sein. Was habe ich denn da jetzt wahrgenommen? Was heißt das jetzt? Was soll mir das sagen? Es macht auf einmal innerlich in uns einen Spagat zwischen total neuer Wahrnehmung und jetzt Realität, ja. Und das will zusammengebracht werden. Das will mit unserem System zusammengebracht werden, um eine neue, erweiterte Realität in uns zu kreieren. Und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt in Bezug auf die vergangenen Leben, in Bezug auf die Inkarnation. Ihr könnt euch mal innerlich fragen, wir sprechen ja über dieses Thema, wir hören, ja, wir denken jetzt darüber nach, wir sprechen darüber. Spürt mal in euch, in eurer Basisrealität, wie viel Prozent habt ihr diese Realität an vergangenen Leben denn schon eingelassen in eure Basisrealität? Ganz spontan, wie viel Prozent sind davon schon in euch manifestiert? Und das ist okay, ja, das ist völlig okay. Seid einverstanden damit. Nur ihr werdet sehen, das Gleiche ist mit, wie viel Prozent in euch hat schon die Existenz der geistigen Welt vollkommen in euch angenommen? Oder wie viel Prozent habt ihr davon angenommen? Ganz spontan lasst eine Zahl erscheinen. Und ihr werdet sehen, dass es da vom Verstehen und von der Annahme dieser Realität gibt es ein Graben. Denn wenn wir 100 Prozent in Vollkommenheit die Existenz der geistigen Welt angenommen hätten, vollkommen, 100 Prozent in dieser Realität jetzt uns befinden würden, wären wir alle erwacht. Wir wären komplett erwacht, wir wären erleuchtet, da wir es vollkommen integriert haben in uns. Und da seht ihr schon, es gibt zwischen, ja, ich nehme es wahr, ja, ich höre es und dann der Erfahrung und dann der Wahrnehmung und diese Wahrnehmung in die Realität bringen. Das ist nochmal ein ganz anderer Prozess. Also von daher das größte Verständnis für den Zweifler, denn der Zweifler, ja, dient uns auch in diesem Prozess und wir dürfen ihn an die Hand nehmen und dürfen ihn beruhigen und sagen, ja, und trotzdem gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter und lasse diese Wahrnehmung von mir ein als eine neue Realität. Vielen Dank.